Willkommen zurück in der Virtual Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de. Keine Angst, ich bin jetzt an einem ungewöhnlichen Ort. Ich bin tatsächlich im Krankenhaus. Deswegen wundert euch nicht. Also mir geht es gut. Ich hatte zwar gerade vor kurzem eine OP, aber alles im grünen Bereich. Mir ist sowieso langweilig. Deswegen dachte ich, komm, mach sie jetzt mal hier. Also, ihr habt bestimmt gelesen, es gibt das neue Pico 4 Headset. Da gab es jetzt eine Ankündigung und da hatte ich auch schon Unterlagen vorher am Start. Und wir sehen das Gerät hier. Das ist die Pico 4. Guckt euch das mal an. Mit den Kontrollern hier, die sind so geschwungen. Das sieht richtig cool aus. Das hat jetzt auch tatsächlich andere Spezifikationen als die Pico Neo 3 Link, die ich ja schon getestet habe. Wir haben hier wieder unsere Kameras und USB-C Auflade. Die Controller sollen noch handlicher sein. Gut, das muss ich natürlich später alles mal testen. Wir gehen jetzt hier einmal zurück. Sorry, also ich habe natürlich jetzt hier gar kein Equipment dabei, weil ich relativ schnell abtransportiert werden musste. Ich habe hier nur mein Handy. Ich versuche wirklich mein Bestes, das euch mit einem Handy zu zeigen. Und ja, wir gehen hier, gut, die Brille, die seht ihr hier halt. Interessant sind natürlich die Spezifikationen. Ich gehe hier nochmal zurück. Ich hoffe, dass das hier alles jetzt geht. Genau, wir haben nämlich jetzt hier die Spezifikationen. Die schauen wir uns mal zusammen an. Ja, wir haben nämlich jetzt hier, was ich am interessantesten finde. Wir haben natürlich einen viel kleineren Formfaktor, weil wir diese Pancake-Linsen haben. Ja, und das bedeutet, guckt mal, das Gewicht ist ohne Straps 295 Gramm. Ich meine mich zu erinnern, dass die Pico Neo 3 Link genau 100 Gramm mehr wiegt. Die war irgendwie 395 Gramm, ja. Und das ist natürlich eine ganz feine Sache. Wir haben jetzt hier zwar auch noch immer noch den XR2 Prozessor drin. Ja, ihr seht das hier. Wir haben jetzt allerdings 8 GB RAM. Das waren, glaube ich, vorher 6. Das ist auch nochmal besser geworden. Und wir haben jetzt eine höhere Auflösung. Soweit ich mich erinnern kann, war das vorher 832 x 1920. Und jetzt sind es halt 2160 x 2160 pro Auge. Das ist natürlich dann nochmal ordentlich. Und das Sichtfeld ist ein bisschen größer geworden, von 98 auf 105. Refresh Rate ist immer noch 72 bis 90 Hertz. Je nach Anwendung natürlich stufenlose IPD-Regler von 62 bis 72. Das ist jetzt ein bisschen wenig, weil ich habe ja zum Beispiel so 59, 60. Aber ja, wir haben hier Speaker natürlich drin, 3D Spatial Sound. Ja, Kameras. Diese Kamera soll sehr gut sein. Das Mikrofon auch. Ja, das Tracking geht natürlich dann halt auch wieder über diese ganzen Sensoren, die da drin sind. Wir haben natürlich 6 Degrees of Freedom, auch mit den Kontrollern. Ja, ganz klar. Ja, und die sollen halt wirklich gut in der Hand liegen. Da machen sie viel Werbung mit, aber gut, müssen wir schauen. Die Batterie, ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden können wir da mitzocken. Ja, es sind zwei AA-Batterien drin in den Kontrollern. Da kann man ungefähr 80 Stunden mitzocken. Das Ganze geht natürlich mit Wi-Fi 6 und Bluetooth-Support hat es auch. Wir haben auch wieder ein eigenes Betriebssystem, das Pico OS. Und ja, da können wir da natürlich die integrierten Spiele zocken. Da sind auch einige gute mittlerweile dabei, aber wir können das natürlich auch über Steam VR wieder nutzen und dann zum Beispiel Half-Life Alyx darüber zocken und, 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 und. Wir haben keinen Social-Media-Zwang, was ich ganz cool finde. Wir haben, glaube ich, hier noch so einen Press-Release. Das können wir auch mal kurz schauen. Da steht jetzt also nochmal in Textform drin. Hier sieht man das gute Gerät nochmal. Pancake-Optik, 4K-Auflösung. Ja, das ist schon ziemlich krass. Ja, 295 Gramm. Polsterung soll auch gut sein und so weiter, ja. Ich finde es sehr interessant. Wir haben nochmal eine höhere Auflösung. Also es ist schon ein ordentlicher Konkurrent zur Quest 2, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Wir reden jetzt von der Pico 4, ne. Also von der Pro habe ich jetzt hier keine Spezifikationen und auch keine Daten bekommen. Das soll ja dann nochmal Face- und Eye-Tracking zusätzlich haben. Das hier ist jetzt halt die normale Pico 4, ja. So, und wir haben hier unten dann auch schon, da ist auch so eine Fitness-App mit drin. Also die achten da auch viel auf Fitness. Wir haben auch optionales Zubehör. Wir können zum Beispiel so ein Fitness-Band kaufen oder so Tragetaschen und so. So, und hier das Wichtigste. Man kann die, wenn man sogenanntes Neo3-Link-Beta-Programm, wenn man da drin ist, kann man das jetzt vorbestellen über Bestware, VR-Expert, XR-Shop und SystemActive. Ich versuche mal den Link unter das Video zu tun, ja. Das ist alles natürlich jetzt ein bisschen frickelig hier aus dem Krankenhaus. Ich versuche mein Bestes. Ja, sorry auch, wenn irgendwie der Text nicht ganz vernünftig aussieht, wie sonst immer in der Beschreibung. Ich gebe mein Bestes, ja. 429 Euro haben wir, ja. 429 Euro. Und das ist aber jetzt vorbestellbar. Wann das genau rauskommt, kann ich euch auch nicht sagen. Das müssen wir dann schauen. Für die breite Öffentlichkeit wird es im Oktober vorbestellbar sein. Und zwar zum Beispiel auch bei Amazon und Mediamarkt. Wann das jetzt letztendlich abgeschickt wird, das habe ich jetzt hier leider nicht stehen. Das müssen wir dann schauen. Und selbstverständlich werde ich das Gerät für euch testen. Das ist ganz klar. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf, ja. Vor allem natürlich im Vergleich zur Quest 2 und der Pico Neo3-Link, ja. Ob die Auflösung ja wirklich nochmal besser ist. Und vor allem das Gewicht, ja. Ja, also das soll ja dann wirklich nochmal ordentlich die Kleiner sein. Also es ist ja schon wirklich zukunftsträchtig alles. Gefällt mir sehr gut. Ja, und dann schauen wir natürlich mal. So, Leute. Hey, guck mal. Hier ist sogar noch meine, diese komische Drainage hier. Alter, ey. Das geht voll ab hier. So ein Scheiße. Egal. Aber ich kann euch beruhigen. Also ich bin sehr bald wieder raus hier. Ob es mit den News diese Woche was wird, wird sehr, sehr knapp. Wahrscheinlich eher nicht. Aber naja. Ich bin aber bald wieder zu Hause. Also Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Schreibt mal bitte eure Meinung zu der Brille, zu der Pico 4 in die Kommentare. Und das würde mich interessieren. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.